Aufnahme beginnt. Hoppe stinkt, hoppe stinkt, hoppe stinkt. Ja. Los, kommt Jux. Ich hab nicht so viel Munition mit. Wie viel hast du? 11? 30 Schuss, ein Magazin. Ja, wir werden sowieso Feuer sterben, bevor wir die 30 sterben. Ja, das ist doch kein Problem. Ich hab auch alles mit, ich hab nix leergeräumt. Hat mir keiner gesagt von euch. Hoppe, du wirst ein echt schlechter Team wie da, ey. Unglaublich, nix kannst du. Der wird dich schon überleben. Klar, wird dich überleben. Ach, die CS-Skills. Such mal das Loch mit den zwei Büschen. Dieses hier? Ich hab's zwischen deinem Bein gefunden. Ich glaub, da vorne ist es. Ja, da ist das Loch mit den Büschen. Ne, ist das nicht. Das ist nur ein Busch. Ich glaub, wir hätten noch weiter da hinten parken müssen. Denk ich auch. Ich mein nämlich, die Titanic war letztes Mal weiter links. Und ich kann mich auch nicht wirklich an das Häuser legen. Ne, hier ist das Loch. Ich würd sagen, Hoppe geht vor und wenn er steht, warum ja. Wie legt man sich hin? Mit Y. Alles klar. Und krabbeln tust du mit mir hier nach vorne, ne? Ah, alles klar. Echt? Wusstest du das schon? Wusst ich schon, ohne Witz. Oh. So. Soll ich unauffällig laut rennen? Ne. Rennen wir. Ja, die sehen dich und schießen dich aus ungefähr 8 Kilometer Entfernung in den Hoden. Das ist nicht schlimm. Ich seh die. Oh, 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 oh. Ich seh die und schieß die aus 10 Kilometer. Tja. Die schießen aber nur in den linken Hoden, ne? Da schießt einer. Da schießt einer auf mich. Ne. Die haben mir das Bein gebrochen. Ich werde angeschossen. Wir haben mir auch was gebrochen. Ich bin gleich tot. Leute, wir sind keine Zeit Sekunden hier drin schon fast tot. Ey, was sind das denn für Homos? Okay, mach mal mal reinbrüchen. Muffin nehmen. Muffin nehmen. Muffin. Muffin. Habe ich nicht. Ah. Ich habe es überlebt. Wo bist du denn hin, aber? Ich bin aus dem Loch. Ich bin in eine Ohmach gefallen. Ich fick mich weg. Tu es lieber nicht. Ich lebe auch noch. Ich sterbe. Könnte mich jemand bandagieren? Ich habe nichts zum Heilen dabei, Leute. Doch, ich habe tatsächlich Bandage dabei. Aber kein Muffin. Ich ziehe da hinten ein Rennen. Ich habe wohl Penkelas, wenn damit hilft. Null. Scheiße. Ich packe dir ein Bloodpack in deinen Rucksack. Das gibst du mir dann mal bitte. Die kommen hier hin. Ja. Kriegst du die abgeknallt, Gerrit? Wahrscheinlich nicht, dann? Ich denke nicht. Ich sehe schon zwei. Und ich denke mal, bevor ich die im Visier habe. Schießen die auf dich? Jo. Gerrit, hast du irgendwie so ein bisschen Blut im Angebot? Nein. Ich habe dir was im Rucksack getan. Gib mir das mal bitte. Oh, vielleicht wird schon wer geschossen, glaube ich. Nee, nee. Die schießen auf Gerrit. Alles klar. Einer kommt von rechts. Einer kommt von rechts. Der wird das gleiche durch den Tunnel kommen. Ich denke dran, aber die können durch das Ding schießen, ne? Ich hoffe, jetzt sind wir noch gefallen. Joss kann mir das Bloodpack nicht geben. Verläutert. Ich kann hopper dir den Scheiß nicht geben, Gerrit. Kannst du den geben? Gerrit? Wir droppen eben. Ich kann dir... Wenn ich jetzt GIF-Blatttransfusion kriegst du das. Dann krieg ich die Bluttransfusion. Achso. Wieso kann ich die Hoppe nicht geben? Verläutert bestimmt! Dann lass es... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Du stehst genau in meinen Schuss. Alles klar, ich sehe wieder was. Ich gehe jetzt mal an das Loch. Gibt es sterben. Ich brauche Blut. Gerrit, gib mir Blut. Dankeschön, ich sehe wieder was. Meine Beine sind trotzdem gebrochen, aber... Ich kann dir Muffin geben, glaube ich. Ach so, was? Man frisst ein bisschen Muffin und zack, kann man wieder stehen, gehört? Ja, genau. Ah, ja. Wer ist denn vor euch Pilleman aufgestanden? Ja, ich nicht. Hallo, ich habe irgendwie zwei Tasten gerücken, sonst stand ich. Warte, ich drücke jetzt mal. Wieso jetzt nicht? Jungs? Hm? Achtet mal eben auf mich, ich versuch mal. Wieso wackelt mein Bildschirm immer noch so? Ich finde, weil du noch Schmerzen hast. Du hast Schmerzen, du brauchst Pain-Killers. Ja, Pain-Killers habe ich, glaube ich, selbst. Warte mal. Ich habe dir das gegeben. Oh, danke. Ja, jetzt, jetzt gucken wir gut. Schön. Jetzt habe ich sämtliche medizinischen Vorräte, dich habe Jos gegeben. Ja, so ist das halt für den Anfänger mit dem Topper. Na, dem ab, ich warte hier. Drei, zwei, eins. Doch nicht. Ja. Aber Jos? Ja? Ich gebe auch immer meine sämtlichen medizinischen Vorräte Hopper, also es hat nichts mit Anfängern zu tun. Okay. Das ist unsere alte Blutbank. Ich sehe einen. Schieß mal, ich weiß nicht, dann sieht er dich auch. Ich sehe nichts wegen dem Busch. Ich krieg... Ich war direkt rechts. Oh. Das ist mal kacke mit dem Busch. Wo bist du denn, Gerrit? Ja. 191 Meter, rechts von dir ist einer. 76 Meter, rechts von mir ist einer. Okay. Woher warst du heute, Gerrit? Okay, ging er gerade durch die Wand. Zielt er gerade hin. Jitter. Einen habe ich down, einen habe ich down und da kommt noch... Wow! Lass mich da vorbei, lass mich da vorbei. Rechts, einer steht noch. Habt ihr so krasse Zoom-Aufsätze für das scheifere Waffe? Das hast du auch, Jos. Du hast genau die gleiche wie ich. Hab ich nicht. Ach ne, du ist der AK. Ja, ich hab dir auch gesagt, ich kippe aber dich ab. Schaffst du uns den Gewehr, oder? Egal. Ich hab bloß... Ach du ist die... Hast du die SVD mitgenommen? Der SVD mitgenommen, Freak. Naja, und jetzt? Ich robbe zur Leiche, einen Moment mal. Hallo, Jos. Ich hab ein Gewehr von dir bei der Schulter. Ja, nicht schlimm. Ich kann dir ja gerne mal meine Füße ins Gesicht eben so... Ich kann dir ja gerne mal meine Füße ins Gesicht eben so... Ich kann dir was anderes in deine Füße rein tun. Meine Füße nämlich. Juhu. 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 Und verwundbar euch schlagen. Versteh mich gleich. Juhu. 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 Ich will sich in dir Gewiss. Juhu. One just restest. Juhu. 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 Möchtestrahien Hül. Juhu. 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 Meint ihr die Leichen liegen da noch von gerade? Ich glaube nicht Ich würde die nämlich gerne mal plündern Scheiß Leichenschänder Das sind ja immer festlegte Zaungeräusche Kann das sein, dass die scheiß NPCs immer auf die Beine schießen Jedes Mal wenn ich von denen angetroffen wurde Immer ins Bein Und dann zack Beinbruch Ich glaube die schießen einfach nur schlecht Und treffen uns statt deines Kopfes deine Beine Diesmal gehen wir ein bisschen mit Taktik da ran Und diesmal, Tama, liegen bleiben Klar Gibt sowieso nix Aber wir müssen da nicht so negativ dran gehen Jungs, immer positiv Immer positiv Ich brauche ein Nachtsichtgerät Ich glaube da vorne ist das Buschloch Auf mich wird voll gestimmt, ich bin tot oder so Bewusst aus Das hat ja gut funktioniert, Leute Von wo schießen die denn? Ich bin tot, ich bin wirklich komplett tot, Freunde Ich habe keine Ahnung Ich bin ohnmächtig Ne, tot Ey, was ein Rotz ey Auch nütz